Sie sind vorbei, der Radfahrer zeigt einen gleich jetzt links rum. So, da kommt der Erste, das ist die Stadtmacht 582. Das ist Tobias Zöller, Löffelentwickler, Deutschland. Hat schon einen deutschen Vorsprung an dieser Stelle. Ihm folgt die Stadtmacht 688, Jan Aschaf von Zöller Wiedersport. Das ist die 1.2. Und Thomas Zöller, die das kann uns ja veranstalten. Ja, der Junge hat keinen Sonderstartplatz bekommen, sondern er ist tatsächlich so schnell. Er ist mit allen anderen zusammen gestartet, auch wenn er hier ja quasi ins Umfeld der Organisation hineingehört. Die nächsten beiden, die 198, hat's. Nach meiner Liste war das mit dem blauen T-Shirt Susanne Benz. Und das war die Meldes-Fusche. Echt? Genau, Johann Ben-Gerti. Es ist ja immer gut, wenn ich einen da nicht mag, der lesen kann. Also das war Manfred Gerti. Der Mann mit der Stadt Nummer 5, Milun Kilic. Laufzeit 12 Minuten 50 sind vorbei. 2019 hat Marius Peters dann die 613. Willi Sarkoel von Metkov. Genau 13 Minuten Bruttolaufzeit sind vorbei. Christian Kemp von der WSG Merck mit der 12.41. Georg Schmidt, Software AG. Und dann kommt die erste Läuferin. Dann kommt Stefanie Rexhäuser. Steiger das Neintelwerk. Wieder 200. Henry Lassek. 13 Minuten 21. Denk bitte dran. In Gegenrichtung kommen die Läuferin. Der Läufer gleich zurück. Wir müssen dann gleich die Kurve ins Ziel hinein. 1167 hat Thomas Christoph von der Riedler GmbH. 13 Minuten 35 Sekunden seit dem Start. Heiko Wittebauer. Patrick Meier von MAP. 14 Minuten 39. Alexander Bosch. Eine Läuferin bisher ist heute. 24 Sekunden Sascha Siegerding vom Fritz Magazin. Und dann kommt die zweite Läuferin. Und das ist Nicole Bessi. Sie war im letzten Jahr schnellste, die heute wieder fürs Fritz Magazin läuft. Nicole, da ist sie. Im Moment lachende zweite Frau im Feld. Mit einer 14.01. Wieder an der Ecke. Ja, aber Nicole ist natürlich immer nicht klar. Herr Boboff trainiert sie gerade hin. Denn sie ist natürlich da und bei irgendwelchen Wendkämpften unterwegs. Rene Bayer von Hessen Mobil. 14 Minuten 15 Sekunden in Laufzeit. Oliver Schocke von der Schocke-Family. Und wunderlich vom Team Buchpartner. Dritte Läuferin ist zu sehen. Katharina Grötz von ReaCard. Die Dame in grün. Dritte Läuferin nach ungefähr 3,5 Kilometern. Und dann 14.35 die Laufzeit. Mit der 92 Niko Povella, BF Darmstadt. Stadtmannsrunde 18 hat Heinrich Becker läuft in die BSG mehr. Für den Titelsponsor der Veranstaltung, Jürgen Brand. Befährte Läuferin, Katrin Mitteborg. Thomas Söller ohne Stahlkommar. Er macht die Fotos für seine Veranstaltung. Mit der 15.38 kommt zum Sprecherin Marion Peters-Kampstein. Die Laufzeit, jetzt genau 15 Minuten pro Tag. Mit der 158, Henrik Münster, Mann vorhanden vom Team Brustbach. Ist da auch zum Beispiel der Schutz. Oder mit der Startnummer 168, Burgert Kramer vom Sprecherin. Die 450-jährige Familie erläuft sich um die Muskelkater. Und sind 47 Lennart Schmidt, barfuß Philipp Winkler von den DK-Architekten. Der 1193 Matthias Stur von SRP Darmstadt. 15.33 wieder oben kommt der Headbiker. Bitte Vorsicht jetzt, in Gegenrichtung auf den Weg die Spitze kommt.